Taiwan erteilte kürzlich eine Notfallzulassung für den Covid-19-Impfstoff Moderna für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. In vielen anderen Ländern werden Kinder nur mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff geimpft. Viele Eltern sind besorgt, ob die Moderna-Impfung sicher und effektiv für ihre Kinder ist. Hua Mei Xiang, eine Forscherin an der Academia Sinica, sagt, dass die BioNTech-Pfizer-Impfung für Kinder nur 10 Milligramm beträgt und seine Effektivität schnell nachlässt. Einer amerikanischen Studie zufolge ist die BioNTech-Pfizer-Impfung nur für die Hälfte aller Kinder zwischen 5 und 12 effektiv. Drei Wochen nach Verabreichung der Impfung sei diese sogar nur noch bei 12 Prozent der Kinder effektiv. Die Ergebnisse für die Moderna-Impfung wiederum seien Hua zufolge viel besser. Die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Studie wird von vielen Menschen aber noch angezweifelt. Der ehemalige Vizepräsident Chen Jianyuan sagt, dass viele andere Länder moderner verwenden, um Kinder zu impfen und Taiwan die notwendigen Maßnahmen für eine Impfung der Kinder treffen würde. In den letzten Monaten begannen die USA, Südkorea, Japan und andere Staaten, Kinder mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff zu impfen. Mit einem aktuellen Mangel an BioNTech-Pfizer-Impfstoff sucht Taiwan nun aber nach anderen Optionen. Untertitelung des ZDF, 2020